Ja, Alter. Ah, ich muss was sagen. Irgendwann muss er doch mal landen. Jetzt kriegst du erstmal einen fetten Fortfall. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Keiner Bridge of Spirits auf dem PC, Folge 35. Der zweite von Toshis Geistern ist besiegt. Einer fehlt noch. Und den finden wir dort hinten. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich hier wegkomme. Hier ist es denk ich mal nicht. Äh, hier sieht's noch was aus. Genau. Hier kommen wir wieder Richtung Dings, ne? Ja. Nur die Frage, wie ich hier rüberkomme. Nicht so aus. Dass ich hier schwimmen kann, oder? Mal echt so weit schwimmen? Nice. Tja. Ja, die ist ja glücklich beim Schwimmen. Stark. Okay, ja. Wenn das so ist. Ja stimmt, wir konnten hier nicht rein, weil das Wasser war ja komplett verdorben, die ganze Zeit. Aber jetzt ist es klares Wasser. Ja, und hier geht's lang. Geil. So. So. Dann wollen wir mal zum dritten gehen. Ja genau, hier sind wir gestartet. Wunderbar. Wir müssen jetzt da nach oben am Wagen vorbei und dann nach unten durch das Tor. Tralala, 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 tralala. Zack. Wo ist der Wagen? Ah, da. So. Der Wagen ist da oben, glaube ich. Ja. Und jetzt muss ich hier rechts runter. Scheinbar. Und dann hier. Genau. Dann hier und dann dort. Ah. Hier komme ich nicht weiter. Was ein Ärger. Ach. Teil, Mann. Geht zum Glück auch von hier. Achso. Ey. Okay. Nur drei. Okay. So. Hier sind überall noch Leute. Ich will kurz mir das anschauen. Muss sein. Oh. 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 Uh. Ah. Oh. Ah. I got hundred. Huh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das war's. Oh Okay. Ah. Okay, cool. Ein Rott nehm ich doch gerne mal mit. Gut. Okay, wo muss ich jetzt lang? Eigentlich nur noch hier den Kreis rum und ja. Müssen hier nochmal umgucken. Warum nicht? Ist doch bestimmt immer irgendwas darin. Was ist da? Zugänge ein bisschen schaffen, find ich cool. Okay. So, und hier ist es auch schon wieder. Alles klar. Oh. 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 Wolang? Äh... Was ist hier? Ich glaub, das ist das gleiche... Okay, geil. Äh... Dramatische Tres Es geht so far auf. Ja! 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 Ha-ha-ha! Es ist das kaputt! Ja! Was hab ich denn jetzt genau gebraucht? So, schauen wir doch mal. Hier scheint's nicht weiter zu gehen. Oh. Ah. Okay, cool. Ich muss da irgendwie rüber. Okay, naja, dann bin ich ja hier genau. Obwohl die Blume weg war, war glaub ich dann schon mal richtig. Hier rum. Ja. Ja. Sieht gut aus hier. Sieht gut aus. Oh. Ah. Auweia. Hier sind ziemlich viele Dinger zur Wiederbelebung. Okay. Nice. So. Okay. Okay. Okay, los geht's, ja? Der letzte Kämpfer und dann weiß ich nicht, was passiert. Oh, nee. Oh, ein Bogengeschütze, na wunderbar. Der Jäger. Okay, jawohl, perfekt, alter. Ja, Alter. Ah, ich muss was sagen, irgendwann muss er doch mal landen. Ich krieg's erstmal einen fetten Fortpfeil. Okay, gut. Okay, all right. Okay. Okay, los geht's. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist eigentlich mal dringend Leben. Das geht doch nicht ewig groß. Das ist ja interessant. Danke. Danke. So viele Leben sind das tatsache gar nicht. Ja. Okay. Cool. Okay. Ja. Ich hab ihn noch einmal zur Hälfte. Ich wollt's nur sagen. Also. Okay. 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 Ja. Klar bin ich jetzt tot, Alter. Oh Gott. Ist das irgendwie ein Kampf hier. Juuu. Tja. Das ist in der nächste Folge noch dran. Ein geiler Typ, Mann. Ja. 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 Sicherlich. Ja. Ja. Okay. Cool. Bin ich super sozial. Auf jeden Fall. Okay. Warum wiegt jetzt ihr Angriff mehr als meiner, wenn ich schon im Angriffsmodus bin und sie dann so. Okay. Nö. Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt später angreife, dann ist es ja egal. Dann zählt er seiner nicht. Das ist absolut klar. Ja. Alter. Ja, Junge, wie viel hast du denn bitte noch? Hey, wieso kriege ich Schaden? Das ist doch mal eine Schachtel. Jetzt möchte ich halt, äh... Das ist doch mal eine Schachtel. Das ist doch mal eine Schachtel. Ja, Junge, wieso machst du auch nicht die Befehle, die ich dir sage? Ohne Scheiß. Ich drück auf Zielen, Schießen. Sie macht irgend so einen Schlag. Nächste Folge geht's hier weiter, Freunde. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.